Sehr gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Vortrag des Abends. Die Becker wird heute das neuste Projekt des Chaos Computer Clubs Wien vorstellen. Chaos macht Schule. Hier geht es darum, Medienkompetenz und netzrelevante Themen an Bildungseinrichtungen zu bringen. Und ich glaube, es ist auch eine Premiere, die jüngste Vortragende des netzpolitischen Abends. Heute auf unserer Bühne. Vom CCC gibt es nachher noch mehr zu hören. Einen Lightning Talk sehe ich da auch schon auf dem Programm, zum Herbstprogramm. Also das ist quasi nur der erste Teaser zu vielen spannenden Projekten, die da noch folgen werden, wie ich annehme. Passt, dann übergebe ich das Mikro. Das Stage ist yours.